Glaubst du, Riot wird TP in den nächsten Patches wieder anpassen? Ich weiß nicht, glaube nicht, nein. Das, was sie geschrieben haben, war ja relativ eindeutig gegen TP, ne? In sechs Jahren wird TP 25 Minuten CD haben und nur noch auf die Nexus-Torals verwendbar sein. Das wäre ein guter, balancierter Change, actually, würde ich fühlen, mate, würde ich fühlen. Warum darf Jungle eigentlich seit Jahren so broken sein und andere Lanes werden dadurch dann zerstört? Äh, das ist nicht true, ne? Jungle ist sehr, 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 sehr insane OP in Hilo, aber nicht in Loilo. Es ist auch wirklich, man muss dann Riot's Balanced Team ja auch wirklich Komplimente aussprechen. Die haben League of Legends sehr, sehr insane gut gebalanced für so viele Jahre dafür, wie schwer es ist. Das Game zu balancen. Riot Games hat halt einfach gesehen, dass keiner junglen will in Loilo, weil die Rolle anspruchsvoller ist, als Minions zu farmen. Und dann auch alle Leute nicht immer flamen und deswegen haben sie der Jungle einfach sehr, sehr viel gewafft. Weil man sich zurückgeändert, so, also ich weiß noch, es gab Zeiten, da hatten Lee Sin gestruggelt, den Blue-Buff zu machen im Full-Clear. Heutzutage ist pullt jeder Jungler den Gromp mit Blue-Buff zusammen, damit er schneller cleart und sich dabei noch hochhielt. Das war früher nicht der Fall. Irgendwann sind Full-On-Hit, aber haben sehr viel magische Schaden trotzdem mit Kai'Sa-On-Hit und Corki-On-Hit. Dann ist sehr, sehr gut auf Yon und sehr, sehr gut auf Jekarim. Oder könnte es ein nicest Game für mich werden. Seit wann spielt Tolkien schon League? Tolkien spielt League der Season 3. Warum kann Chance sein, wäre man einfach nicht leveln, weil es ziemlich useless wäre. Du müsstest ja quasi dein Schwert, da müsstest du da dran stehen. Aber theoretisch ist es nicht so dumm. Nicht wie bei Azir, wo du legit nicht Q'n oder E'n kannst, weil du einen Sandzau-Daten brauchst. Gehörtisch kannst du das Schwert ja schon auch ohne deine Q bewegen, indem du wegläufst, aber obviously ist Q da eh besser Level 1 als W. Okay, I fall. Ich komplett feiner Trade für mich. Alles gut, Pantheons Schaden geschädet. Bin auch relativ healthy. Bin bereits alle seine drei Potions raus aus der Pantheon. Oh fuck. Ja, jetzt bin ich nicht mehr relativ healthy. Bei mir ist es so glücklich. Hier kann man auch noch hochlaufen, wir töten den. Wann ist dieses ein Solo-Kill? Mit dem Tom-Shot und die Gneite hätte ich ein Solo gekillt. Crazy. Das ist jetzt der beste Call hier, einfach gemeinsam pushen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz nice für ihn und für mich, wenn wir XP scheren und ich dadurch die Wave rausgepuscht bekomme. Dann kriegt auch die Krabbe obendrauf. Pantheon ist jetzt vorne mit einem XP, weil er mehr Solo-Minutes bekommt als ich natürlich. Aber ist glaube ich mir relativ egal, wenn ich einen starken Jungler habe. Der ist ja eh mein Main-Champion, auf den ich raufholten will pro aktiver Natur. Der ist Level 5, der Hegrim, der ist so insane, like der Top-Wave. Ich hätte ihn noch besser gewesen, wenn ich den Kill bekommen hätte, aber trotzdem super. Unser Bot-Line-Meanwalt steht 0-3. Als Spotlight müssen wir ihn irgendwie wieder ausgleichen, aber Level 6, Hegrim-Cank mit Channel-Oben drauf, wir können Bot-Line theoretisch überfahren. Also da ist schon noch eine Menge Playmaking möglich. Der Traum wäre es halt eigentlich, Level 6 zu werden. Okay, ich bin, I guess that's. Nee, ich bin fein. Für dich. Gucht nach vorn. Mann, an irgendeinem Punkt kann ich es halt easy durchführen. Ja, Pyke kann mich nicht töten, der müsste mich igniten und der hat keine Ult. Also, Pyke ist hier, aber ich kann einfach resetten. Ja, Hegrim sollte das Game karen können. Honestly. Hat er keine Ult für Bot-Line. Really? Perpeter Grief. Und da reinzutzt er schon 800 Gold abzugeben, um mein Petting? Yes. Können wir uns noch ein bisschen ranhalten, ja? Pantheon kann gleich zurück ulten. Ah, 10 Sekunden sind schon noch eine lange Zeit. Ah, Double-Waff an Corki ist nicht der Banger. Nochmal 600 Gold gedroppt. Actually war nur Blue-Waff. Dann ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem nicht gut, obviously. Er ist so schnell. Er ist raus, oder? Er ist raus. War gerade in Corki rein. Fuck man, wenn ich geqt hätte und dann eh flashe, dass ich knapp an ihn rankomme, dann kann ich danach ähm, ihn slowen im Out-Attack. Ich hatte locker Zeit dafür, ich habe ja extended Out-Attack-Reichweite. Ansonsten hat er einfach weg mit Time-Warp-Tonic. Er hatte 409 Movement-Speed von seiner Rune. Pantheon hatte auch den höchsten Base-Movement-Speed in League of Legends. Gemeinsam mit Master Yi, glaube ich, war es. Alter, was ein Trades, holy fuck. Haben wir den Hops genommen. Ich glaube, Pantheon vor mir ignite, also ist nicht ganz so eindeutig, dass ich hier gewinne. Oh, das ist dann, dass dann noch durchkommt. Aber nein, ich recht trotzdem auch. Ich kann hinter ihn laufen und ihm meine Out-Attacks durchgeben und ihn slowen damit, ne? Wenn ich die Klinge durch ihn durchziehe, wird er verlangsamt. Soll ich jetzt schon Corki respekten? Da habe ich keinen Grund, nicht Top-Line zu laufen. Ich könnte auch zu Ionen gehen, aber eigentlich sollte er zu mir kommen, der Corki. Da hat er keinen Ult-Weggeräme, 10 Sekunden. Boraka-Ult war auch ein bisschen zu spät. Ist schon sehr, sehr stark, noch zwei Level vor Pantheon. Vielleicht noch das letzte Plate, noch zwei Sekunden, ach, schaffen wir nicht ganz scheiße. Ich bin der So-P. Er wird nicht Auto-Attackt, weil ich ihn rette. Ich bin der So-P. Like, honestly. Oh mein Gott, habe ich das gesmurft. Jetzt stelle ich halt eine nice Alternative zwischen, du hast eine starke Laning Phase und bist trotzdem auch mit der Map auf Impact dabei. Aber natürlich wird er sehr outscaled von Bruisern im 1v1. Oh. Scheiße. 100 Gold für Pyke. Actually, für Pyke ist es fein. Ich nehme es. Ja, aber die Art und Weise, Liga-Welt zu spielen, ist halt einfach cooler, als einfach ARF-Cards zu farmen und sich selbst hochzustacken. Einfach cooler an dem Team-Game, am Team teilzunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott. Wenn er da Triumph durchbekommen hätte, hätte er sogar gewonnen. Dann ist er low-key running it down mit einem großen Lead. Ist schon nicht so geil, wie viele Shadlands wir droppen, aber er sieht lustig aus. Ah, ich sollte schon ranwünsend dann irgendwoher Magic Resist kaufen. Aber Anti-Onnit ist halt super OP gegen fünf Onnit-Championsen. Jeder einzelne Champion im Gegner-Team ist Onnit. Aber dann Gargoyles ist halt vielleicht ein bisschen overkill an Magic Resist. 15 Mask ist kinder bad, das sind nur 30 MR. Aus auf Nature wurde ziemlich hart gebufft, diesen Patch. Und war davor schon nicht so bad. Aber es hat ein gesamtes Item für Magic Resist, was vielleicht okay ist. Der Typ wird auf jeden Fall no Magic Damage machen. Und die Kai ist da auch, wenn sie ein Natures-Tuch kauft. Was sie demnächst machen sollte. Ein bisschen auf Package achten hier. Focke ignalten sollen. Und es darfst du die ignalten an der Stelle? Ich hätte auch andersrum spielen sollen. Ich hätte erst Redemption geben sollen und dann... Also warum ist da eine fucking Cone gewesen? Das Racket mich einfach entgegen. Wie frech ist das? Ich hätte Heekrein Redemption geben sollen und dann auf ihn raufholen. Ist ja besser so rum gewesen. Aber sowas auch fein. Ich bin ja so OP, Mann. Diese Art Game. You deny the darkness in your soul. Fünf Sekunden, ich bin wieder auf der Map. Das ist echt geil auf der Map zu sein. Ich mag es Impact haben. Wollte einfach rein hier, Creme. Wollen wir da nicht rein? Wenn da weggegeben, wir sind ein Scheißaufweiger. Wir haben sowas von verkauft. Anduin's. Und dann hinter sie laufen. Noch ein Redemption. Lash ich für den? Wow, Antwort ist scheinbar ja. Ich hätte mir nicht da früher gecutt, hätte ich sie auch bekommen. Damit gleich nicht hätte, dass sie da langläuft. Wenn wir jetzt nicht Nash'n, habe ich keiner useless geflasht. Für einen einzelnen Kill. Das ist ja nicht so worth. Fekos da oben. Niemand T-P-T rein. Da wird kein Damage von Jon auf Nash'n gehabt, aber wir können ihn trotzdem finischen. Ich denke, es ist ein Reset-N-2-T-P-Angle. Also, Pult. Pult mal, bevor sie zu low ist. Holy fuck, mein shit ist riesig. Ich habe keinen Bock, dass der Pult die Logo nur kriegt, dass er meinen Ulti ignorieren kann. Geht der durch Schilde durch, der Pult? Nice, Mann. Also, wir stoppen hier gerade ganz schön durch. Können nicht enden, aber können Bote mitnehmen. Nice. Warum nämlich Damage? Warum habe ich ein Turm-Agro bekommen? Das ist doch gar keine Brando-Vest oder so. Hä? Vielleicht habe ich Turm-Agro bekommen, Twitch. Vielleicht war Sheiko unsichtbar neben mir und hat Bami-Cinder getankt. Einzige Erklärung eigentlich. Sheiko hat es reingecueht und stand dann neben mir. Na ja, GG. Wir haben Top-Lin-Hard gestompt und vor allem Hegrim in Szene gesetzt. Aber dann auch noch weiter die Map bespielen dürfen. Also, die Sache mit Shen, der ist halt ein starker Laner und ein starker Impacter. Ja, äh, interessantes Game. In der Rally-Gnite-Top-Lane wahrscheinlich jetzt so oder so in Solo-Queue. War es ja schon immer besser, gerade in low elo. War ich das in high elo auch besser auf dem rechten Champion? Je nachdem, wie man das Spiel halt spielen will. Aber man hat jetzt 4 von 4 mal Losing-Bot-Lanes gehabt. Und dieses Game konnten wir mal richtig durchkennen über Top-Side. Ja, es gilt es weiter natürlich zu testen, was genau sich gut anfühlt, diese Season mit dem schlechten TP. Aber ihr Gnite ist ja fast ein No-Brainer, weil ihr Gnite ja schon davor oftmals besser war als TP, ne?